Und damit Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Minecraft Minispiele mit dem Spiel Mario Party und ich würfel eine, zwei, drei. Leute, es wird einfach heute nix mehr. Es wird einfach heute nix mehr. Nein. Geh weg von mir. Geh weg. Jump and run. Ja, jump and run. Endlich mal was, was ich kann. Ach du schönes Stinkerchen. Jaha. Wie komm ich denn da hoch? Äh, hä? Ah, okay. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade auch nicht mit den Kakt... Mit den Kaktussen. Nein. Hä? Wie mache ich das denn mit dem Kakteen? Einfach drauf springen. Oder dran springen. Oder wie auch immer. Ach so, machen die keinen Schaden? Nee. Äh? Ausnahmsweise machen die hier mal keinen Schaden. Ich kann nur mal nicht drauf springen. Das ist, äh... Oho. Ah. Hui. Irgendwie kann man da auf jeden Fall drauf springen. So. Wow. Yeah. Tschüssiimo. Oh, Gott sei Dank. Ich würde mal sagen, ich bin zu doof dazu. Zu was? Was bist du? Zu doof dazu. Nee, gar nicht. Ich stecke fest. Nein, nicht wie ich. Äh, wo geht's denn hier? Da geht's. Nee, da geht's. Oh. Easy win. Haha. Ich stecke fest. Bin immer noch nicht weiter als zu den Kakteen. Ich auch nicht. Sehr gut. Ah. Was? Nö, das Spiel mag ich nicht. Ich auch nicht. WTF, dieser eine Sprung. Also, ich fand das jetzt eigentlich ganz easy. Ich bin nur zweimal runtergefahren bisher. Oh, ich bin auf einem Kaktus. Wo sind denn die anderen? Die sollten doch auch irgendwo da rumjumpen. Jumpy, jumpy, jumpy. Ich hänge schon wieder fest. Du schenkst schon wieder fest? Ich hänge wieder fest. Äh. Das geht nicht. Aki, du musst aufhören. Ah. Wie lange geht das dann noch? Oh, noch 43 Sekunden. 43 Sekunden Jump and Run. Spaß. Hast du was dagegen? Ja. Wie? Ja. Vielleicht schaffen es ja noch zwei Leute, aber ich glaube eher weniger. Bin ich auch nicht traurig drum, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, bei Jump and Runs habe ich irgendwie so meistens die Nase vorne. Sei denn, es sind so Spiele, die tatsächlich nur auf Jump and Runs ausgelegt sind und die man auch mit anderen Leuten spielt. Dann sind da meistens noch so richtige Pros bei. Hier, guck mal. Real James. Der hat es auch geschafft. Ach, da sind noch Leitern. Sag mir das doch einer. Guck mal, da steht mein Name. Letzte. Ja. Warst du bis letzte? Als Sechzehnte? Ja, mit drei anderen. Ah, okay. Gut. Hacker. Warum Hacker? Vier. Ich habe, glaube ich, eine zweimal Vier. Das heißt, eine Acht. Ich bin ja ein krasser Typ, du. Oh, oh. Why so genius? Amy. Amy ist da bei mir. Hallo. Sie ist eine schicke Prinzessin. Mini Survival Games. Was muss man da denn machen? Soll ich ein Haus bauen? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind aber Kisten, die du suchen musst und die du öffnen musst. Und dann kannst du die Leute wegschnetzeln. Oh, toll. Ist leer. Endet in einer Sekunde und ich habe noch nichts. Ist auch nichts mit drin. Ich bin tot. Alter Schwede. Ja, okay. Ich habe nicht aufgepasst, wann die Zeit vorbei ist. Oh, Eki, du. Oh, das war ein Flutschfinger-HD getötet. Ja. Der Flutschfinger. Der hat mich voll geflutscht. Bibi wird gefil... Sag nichts. Wird gehauen. Geschubst, wollte ich sagen, eigentlich. Vorsicht hinter die... Du. Oh, oh. Flutschfinger-HD ist hinter Bibi her. Bibi rennt. Aber es kommt jemand, um sie zu retten. Nämlich der Minel. Was auch immer der Minel hier mit Flutschfinger macht. Es ist unglaublich. Wo ist Bibi? Wo ist Bibi? Ich bin gestorben. Oh, Bibi ist gestorben. Flutschfinger ist weiterhin voll im Rennen. Wer von uns ist denn sonst noch drin? Da sind noch ein paar Leute. Hier ist Itzjinx. Die schafft es aber wahrscheinlich nicht. Die ist zu doof dafür. Ähm. Hier. Sind zwei Leute. Sazzlecorn wird gerade von Dark Sarox getötet. Oh, hat sie ihn ausgetrickst oder hat sie ihn ausgetrickst? Eine super spannende Runde hier. Und Sazzlecorn geht auf Flutschfinger los. Oder vielleicht auch doch nicht. Und da kommt die Mauer zu nahe. Krasser Schüssel. X-D. Alter, ich würde das ja hassen. Hier so auf so engem Raum einen rumzuballern. Alter, geben die sich hier. Die geben sich! Die Kante. Die Ecke. Die Kante. Weißt du, du bist eine Ecke. Sagst immer, du kannst keine Ecken, äh, keine Kanten leiden. Dann machst du Werbung für die Kante. Gibt's ja nicht. Eimi! Eimi, Eimi, Eimi. Eine 3. Eine absolut unübertroffene, unübertrefflich päffliche 1. Ich glaube, das wird die schlechteste Runde. Ja, danke, Pausa. Ich mag dich. Da hinten seid ihr alle. Hi. Hallo. Oh Gott, nein. Ich bin eine Prinzessin. Nein, geh weg. Ich bin eine Prinzessin. Geh weg. Was war das denn jetzt? King of the Hill. Endlich mal was Gutes. Was ist denn das? Also, One of the Champions ist sowas wie King of the Hill. Das heißt, schießen und geschossen werden. Ach ja. Wow. Aber du hast immer nur einen Pfeil. Ja, genau. Und du kriegst nur einen dazu. Wenn du jemanden tötest. Wenn du jemanden tötest. War der irgendwie so rum? Ah, hab ich daneben geschockt. Ah. Oh, hi. Oh, daneben geschossen. Ah, ich bin so gut. Oh. 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 Oh, lol. Wer ist das denn hier? Das ist die Korn. Come with me, bruh. Oh, toll. Ich hab schon wieder daneben geschossen. Das gibt's doch nicht. Der kriegt, obwohl das mein Pfeil ist. Oh, nein. Jemand hat mich abgeknallert. Oh, lau. War das knapp. Nein. Er hat sich umgedreht. Hat mir eine gegeben. Gibt's ja nicht. Hatte ich einen extra Pfeil irgendwie? Man kann hier Pfeile einsammeln. Ah, scheiße. Nein. Wie viel da bin ich denn? Erster, aber gerade so. Wie lange geht die Runde noch? Wenn der jetzt nicht in fünf Sekunden drei Kills macht, dann habe ich gewonnen. Ja. Neuer persönlicher Rekord. Ich bin neunter. Ich bin erster. Sechzig Kills. Aber ich habe am Anfang auch erst mal fünf Sekunden nichts gemacht. Dann haben sie plötzlich alle Reihenweise vor mir gestanden. Oh, ich habe eine Eins. Zwei. Und ne vier. Wow. Ich habe insgesamt fünf. Da hätte ich auch einen besser gewusst. Ich bin auf dem Browserfeld. Ich auch. Und drei zurück. Und vier zurück. Oh, bei mir war nett. Ich habe ein Feld gut gemacht, Leute. Ich habe ein Feld gut gemacht. Und Sassi. Ihr seid bei mir. Und ein Minenfeld. Das kann ich gar nicht. Minenfeld, ja. Ich kann das auch nicht. Ich kann das ein bisschen. Du cheatest aber immer. Warum? Ich glaube, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo man eigentlich hinrennen muss. Warum kann ich so gut laufen? Was hat denn das mit Laufen zu tun? Siehst du beispielsweise, habe ich das jetzt gerade auch hart verkackt? Nein. Oh. Aua. Aua. Lol. Ich bin an was gestorben, was mich eigentlich gar nicht berührt hat. Das ist ja ein lächerlicher Witz. Bei mir auch gerade. Jetzt schon wieder. Aua. So. Jo, das sind wir. Erster. Gucke ich mir mal ein bisschen genauer an hier. Hecker. 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 Fuh spüren. Guck mal. Flutschfinger HD. Er geht auf die Zielgerade. Und er stirbt gleich. Weiß ich noch nicht, ob er stirbt. Ich wäre wieder rauf gekommen. Aber es sieht nicht wahnsinnig gut aus. Doch, es sieht sehr gut aus. Er hat es, glaube ich, geschafft. Flutschfinger hat es, glaube ich, geschafft. Er hat es geschafft. Und als nächstes kommt Reel James. Jubel. Mensch, war das eine Runde. Ja, Wahnsinn. Mensch, war das eine Wurst. Eine Wurst. Eine Arme. Eine vier und eine fünf. Insgesamt eine neun. Wahrscheinlich jetzt wieder erst mal ein Bowserfeld. Und zehn Felder zurück. Nee. Tatsächlich mal ein normales Feld. Wer ist das denn? Emi begleitet mich auf meinem Weg. Hallo, Emi. Ich bin ganz allein. Mit gespielt Reihenfolge. Oh. Diesmal. Aber nicht mitreden. Oben rechts. Nein, Rocky. Nein. Okay. Wir schweigen jetzt alle. Schweigen. Schweigen. Nein. Bye. Wir schweigen jetzt. Pschst. Ja? Okay. Okay. Nein! Ach, verdammt. Okay, noch habe ich es. Noch habe ich es. Ich habe es vergessen. Scheiße. Ah, Mist. Auch raus. Das ist so unglaublich klar, wenn du dich so hinstellst und dann denkst du dir so, ja, ist ja easy, ist ja easy, ist ja easy und dann hört es auf. Dann denkst du dir so, oh, wie war jetzt nochmal der Anfang? Ja. Julie wird es aber schaffen und Amy auch. Amy ist im Final. Komm, Amy! Amy! Ja! Amy hat es, glaube ich, geschafft. Ich bin Sechste. Mit Sassi. Und Julie ist Zweiter. Jawohl! Wie vieler bin ich denn? Ich bin auch Sechster. Ecke! Auf die Sechsten. Egbert! Gut so, Amy. Ich habe eine Eins. Schon wieder. Wow. Tschüss, Amy. Bowser fällt. Drei Felder zurück. Ich habe zwei Felder Minus gemacht. Jaha! Also, das ist echt das schlechteste Match, das ich seit Ewigkeiten hatte. Wer ist das denn hier? Oh Gott, ich bin mit einem Killermaster 900 zusammen in einem Ding. Ich habe Angst. Was? Foodblock! Blockpartien schnell! Oh nein! Ach, scheiße. Entschuldigung. Warum sagst du sowas? Caro kann es ja richtig gut, ne? Die hat einfach nur immer Lack. Da, äh, bietet einer. Echt? Ja, der fliegt. Okay. Ich weiß noch nicht, wer. Oh, das bleibt ja gelb. Lol, ich war gerade voll irritiert, weil es einfach gelb geblieben ist. Warum bin ich dann runtergefallen? Schon wieder gelb. Gelb, gelb. Das ist die Runde der Gelben. Ach, scheiße. Okay. Okay. Okay, schaffst du. Ne, ich glaube nicht. Ich bin nicht so gut in dem Ganzen. Bin ich erster? No, ich bin erster! Ich bin erster, guck mal, ich bin erster. Und Ecki ist dritte. Das heißt, sie darf zweimal würfeln. Ich habe außerdem einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist ja cool. Ich darf zweimal würfeln? Ja, also du darfst jetzt zweimal würfeln. Mit einem Würfel, der von zwei bis vier würfeln kann oder so. Oder von zwei bis fünf, weiß ich nicht. Alter, ich würfel immer eine Eins und dann eine Zwei. Wow. Eine Fünf. Ich raste aus. Jetzt bin ich mit Nuni LP zusammen. Mit Nuni was? Nuni LP. Schuli, hallo. Es wird gespielt. Ferrer. Yay. Was war das denn? Ein Scher. Ich habe ein Scherwate. Ich habe ein Weißes. Ein Verschimmeltes. Ich habe die Führung übernommen. Recht, das wüsste ich aber. Außenweg. Hier, nehmt meine Banane. Nehmt noch eine Banane. Nehmt noch eine Banane. Oh Gott, das ist so spannend. Nehmt noch eine Banane. Oh Gott, da hat jemand abgekürzt. Das geht bergab. Warst du das gerade, die er abgekürzt hat? Bist du irgendwas mit Grün? Ja. Ich bin Nuiti. Auf dem schwarzen Ross. Auf Black Beauty. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, wie bescheuert. Er hatte einen Pilz und er hat ihn auf die letzten zwei Zentimeter eingesetzt. Dieses Würstchen. Ich bin nur Zweiter. Ich werfe schon wieder mit dem ersten Wurf in der Eins. Ey, das ist doch bescheuert. Und mit dem Zweiten, eine Drei. Was ist das? Bibi. Ich habe auch nur noch eine. Bibi. Wie viel da bin ich jetzt überhaupt? Minus Hunderter. Reise nach Jerusalem. Ich bin Zehnser. Wow. Das ist ja echt krass. Konnte man, dass die Irmels sehen, wo die runterkommen? Nein. Oh Gott. Und jetzt spielt natürlich Jenny nicht mehr. Das ist ja wieder klar. Da. Ich sitze drinnen. Oh, ich habe auch eins gefunden. Und ich nicht. Ich habe auch noch eins gefunden. Gerade so. Gott sei Dank. Ist jetzt drinnen? Nein, nein, nein. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich sehe keins mehr. Nein. Nein. Manchmal ist das echt mies. Ergie, sind Sie noch mal drinnen? Bitte sagen wir, dass du wieder drinnen sitzt. Wo ist sie denn denn? Ach, da sind sie. Nee, ich sitze nicht drinnen. Ich bin nicht drinnen. Ich bin aber zweiter. Nee, doch nicht. Doch. Noch? Ja. Es ist schon lustig, dass hier eine Vada läuft, ne? Alter, alle in einer Ecke. Ich verstehe, verstehe mich halt. Richtig krass gesiebt. Geil. Aber ich will nicht wissen, wie schwer sowas ist. Beziehungsweise ich will auch gar nicht wissen, wo das herkommt, weißt du? Ich habe richtig aufwendig gemacht. Okay. Eins gegen eins. Jetzt wird es spannend. Was ist das für ein Lied? Boah. Oh je, der Real James. Real James. Füfte. Ja. Ich weiß gar nicht, wieviel da ich bin. Ich muss mal meinen Chat wieder anmachen. Ich bin Sechster. Ich bin hinter Ecke. Das ist sehr zufriedenstellend. Ja. Eins. Ich habe endlich mal eine Vier gewürfelt mit dem N-Würfel. Sehr schön. Oh, ich habe gecheatet. Guck mal, Baby, nach oben. Bist du das? Ja. Was? Hä? Ich weiß nicht, ich bin hier umgelandet. Hi. Ach, du bist ein Pilz. Ja, ich bin ein Schwammerl. Auf die Frisse. Du bist ein Schwammerl. Ein Schwammerl. Ein Rekord. Schwammerl. Rekord 10. Aua, bitte. Aua. Und zack, gehen die auf mit dem Loster. Füttet ihn hier. Puffy ist kein anspruchsvoller Gegner gewesen. Puffy? Puffy. Bibi! Bibi, dreh dich um. Nee, doch nicht. Bibi! Ist doch nicht Bibi. Entschuldigung. Bibi, ich habe ein Kill. Ja, sie hat mich gekillt. So, werde ich jetzt bestimmt 20 Mal gekillt. Ja, mein... Da hat sich in die Sackgasse gelaufen. Wo bin ich denn? Ich habe erst zwei Kills. Das wird nix. Niemand tötet dir jemanden, der afkar ist, außer ich. Leute, wo bin ich hier denn jetzt auf dem Hochhaus? Ernsthaft? Ja, du musst da runterspringen am besten. Und zwar relativ fix, weil ansonsten hast du fast keine Chance. Oh Gott! Alter, da habe ich immer noch mal richtig hart aufgeholt. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Holy shizzle in my nizzle. Alter, ist das knapp. So, Eki. Jetzt müssen wir bitte alle das Gleiche würfeln. Ich habe eine 4. Eine 6. Ich habe beide eine 6. Das heißt, ich kriege hier nochmal eine 6. Okay, ich kriege 10. Hallo, Piddy. Hi. Wie viel da bin ich denn jetzt? Wir sind auf Platz 38. Nee, nee, nee. Auf Feld 38. Ich bin Fünfter. Achte. Ah, schön. Wer leuchtet denn eigentlich gerade? Ist das jemand von uns? Nee, Real James. Okay, schade. Aber gut, man kann sich ändern. Ich würde aber trotzdem sagen, das war es mit der heutigen Folge von Minecraft Minispiele mit dem Spiel Mario Party. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die jetzt die letzten 3, 4 Folgen mitgespielt haben. Und ich hoffe auf ein freundliches und zuvorkommendes Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.